Okay, versuchen wir es wieder. Hat sich hier irgendetwas verändert? Die andere Seite sehe ich hier keine Veränderung. Verpasst ihr? Naja, irgendwie ist hier nichts verändert. Und draußen sieht auch nichts an. Wirklich viel anders aus. Der Rohr hat nicht mal drauf, wenn ihr nicht mehr achtet. Der Rohr hat nur da ist. Aber ich glaube, das ist immer da gewesen. Das Buch mal hier war und nicht hier. Oder das hier und hier. Ja, und... Ähm... Wie gesagt... Also... Man muss ja nicht so unendlich viel sparen. Selbst der... Armei-Arbees-Kollegner hat ein bisschen albern. Die ganze Geschichte. Aber seine Frau ist halt so. Selbst der Firmenchef von uns hat erklärt, dass er halt nicht jeden Tag Bahn geht. Oder ein bisschen so duschen geht. Und spart dann, sag mal, weiß ich, zuhause... Ein, zwei... Ein, zwei... Einzige Tage, die das halt nicht waschen. Hat nämlich die Geschäftsführerin gesagt damals. Zu uns wenn... Sein. Ich weiß nicht, was die ja sind. Mann und Frau in der Beziehung gemacht haben. Und... Es ist halt etwas schlecht. Ina ist bei der... So beim letzten Tag bei Arbeit. Ähm... Nicht letzten Tag bei Arbeit, sondern... Bevor er in der Rente gegangen ist. Und dann wird er halt... In dem Fall ein Abschied geschenkt machen. So... Sorry für mich verschlagen. Ähm... Hat er dann... Mal eisgelt der Geschäftsführerin erklärt, so... Wenn sie dann hier... Die Führung nehmen... Übernehmen wird. Wird die Firma zu Kunde gehen. Die hat nämlich so schlechte Entscheidungen, das zu treffen. Was eigentlich ein bisschen stimmt. Geistermädchen. Und... Hat... Fand sie überhaupt nicht geil, was die... Was... Was... Ihr erzählt wurde. Wurde. Dann hat sie ihn einfach mal ein Hausverbot gegeben von der... Von der Firma. Also der Mitarbeiter von uns hat... Durfte nicht mehr hier rauf, der ehemalige. Er hat... Kompletten Hausverbot bekommen. Man muss halt Kritik ein... Einstecken auch. Aber man muss auch nicht so unhöflich damit... Äh... Erzählen das... Jetzt überlegen... War das Fenster immer da? Wie sind die letzte Runde? Äh... Waren nicht verschwunden. Wie sind die letzte Runde? Ich weiß nicht mehr. Ja... Also hier erkenne ich... So einen riesengroßen Matschelhaufen. Hier sind offen... Schön... Keine Arcanic... Also den Intruder... Auch noch nicht entdeckt hier. Die sind hier... Oh... Ist ja sparsam... Die Intruder... Die gibt es überhaupt nicht zur Auswahl... Unseren Shooters... Ja... Die gibt es überhaupt nicht zur Auswahl... Aber... Man sieht sie halt nicht... Also hier ist er... Also ich... Spiel... Ja... Alter... Ich bin hier... Also wie gesagt... Es ist... Einfach mal bescheuert... Ich erkenne hier nichts... Obwohl wir verändern... Früher nicht... Das macht hier keinen Spaß... Jetzt gucken... Das hier... Alter... Die Scheißuhr... Ey... Wenn man halt so konzentriert drin ist... Und dann die Scheißuhr... Gong macht... Wird hier wat... Nie... Etwas... Symm... Wie gesagt... Ich sehe hier... Einfach... Mir persönlich... überhaupt nichts... ich könnte jetzt wieder nur warten und es ist scheiße was mehr will ich gebe bald auf hier es ist wieder gruselig manche pixel horror geht hin aber so matschehaufen geht überhaupt nicht das ist für mich ein matschehaufen wo ich verloren war das modell gleich verliebe ich jetzt hier schon wieder was was ist hier anders ist das klopapier größer geworden das hier ja ich glaube ich wäre größer geworden ich erkenne hier nichts ich bin blind mit drei augen es darf nicht wahr sein hier muss irgendwas sein aber ich sehe es nicht mal größer geworden glaube ich ja nicht ich bin mal kleiner geworden ich bin mal größer 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 geworden was ist hier los was ist denn da los also wir sind mal größer geworden als ich mich nicht bemerkt habe hier sind vier zu viele objekte sind jetzt schon in Aktion Ich denke mal speziell Seekheit, ah danke, wollte ich gerade sagen Movement, aber sie selber gerade bewegt. Irgendwann in der Küche, also Wurdenraum vergessen, ne. Die Flaschen haben sich bewegt, oder? Es ist ja eh nicht größer, denn es ist kleiner geworden. Erstmal Outside für die Kamera, okay, Geist war im Badzimmer. Toilette, Ghost. Jetzt sehe ich nichts großartig verändert. Die Küche haben sich bewegt, okay, das kann passieren. Objekt Movement. Und irgendwas hier passiert. Und... Das hier sieht irgendwie komisch aus aktuell. Ich würde sagen Intruder, wenn die jedes Mal Intruder waren. Fick dich? Irgendwann nicht. Ach, okay. Arschloch, okay, der erste True Rival, der lernt. Das war einfach nur ein weißes Licht. So müssen, wie sich jetzt, wo der Wichser herkommt. Und jetzt... Das war einfach nur ein weißes Licht. Und jetzt... Storage. Wenn irgend so ein Abfall verschwinden würde, würde ich ihn überhaupt nicht abkotzen. Das ist... Ich sehe... Nix mehr weiter. Das Ruhm... Was neigt jetzt da? Das wird bewegt. Das ist... Ich erkenne ja... Nix hier in der Toilette. Toilette ist einfach für mich... Ich sehe... Keine Bewegung. Nix ändert sich hier. Nix ändert sich hier. Nix ändert sich hier. Nix unten... Nix unten... Seil ich, was er kannte. Ähm... Kitchen... das ist ein Elvis-Präsens hier ist irgendwas anders aber ich kenne es noch nicht so viel kleinere wohnen aus Versehen aus Versehen aha sag mir nicht, es war für die Flasche jetzt hier ne, es gibt keine Ahnung, was ich fand, was ich was kleiner war was war denn die Kleine wohnen alter es ist, ich muss so genau auf achten, dass hier ich stelle hier gleich das hat sich hier rüber bewegt und in der Flasche ist verschwunden da durch ja, ne, der hat hier hinterhergestellt, ok ich habe mal mehr, anscheinend es immer kleiner wird hier, aber es ist halt nicht so was ist das denn? was ist das denn? äh, living room ghost? oder intruder ich würde sagen, ja, ghost ich würde sagen, ja, ghost wo ist ein extra object? äh kein iron training, was ist das denn? extra object? alter, vier uhr ok, das ist ein extra object? oder als ob es ein geist da vorne 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 ist irgendetwas krank ist hier erstmal nicht das wird sonst normal noch ah ich bin hier ein bisschen paranoid denkmal ist nix genau wie hier nix ist genau wie hier nix ist ok, hier sind nix verändert erste sicht, oh nix verändert das war doch normal alter, ich kenne ja nix mehr ok, die fernste sind noch da ich hoffe, es ist gleich geblieben ähm ist hier jemand verschwunden nicht erkennen, ne anscheinend nicht ich glaube jetzt gleich verliere ich jetzt hier wieder weil ich nix mehr erfinde und nix mehr erkenne was hier noch falsch sein sollte warte, die haben sich bewegt ah hier ist ein hier fehlt ein buch hier fehlt was hier liegt ähm ähm was hier was hier ist kurser geworden das ist kurser geworden die pflanze das war normal so groß aber das hier ist kleiner geworden, oder? ja ja ist kleiner geworden ok wall is moving hier outside ja ähm outside wall is moving ich geh noch nicht weiter dass man nicht fixt wurde dass ich halt den hässchen boh da drinne hockt den reporten kann direkt ok dann knallt die uhr wieder da drinne hockt okay dann ja du ist du 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 Ich sehe hier gar nichts. Wir warten Bedroom mit extra Objekt, okay, hier draußen, ihr kennt ja nix, aber ungefähr nicht wurde, wurde verschwunden, hier ist verschwunden, hier bewegt sich ein gar nix mehr, fuck me, ja genau, 2 und 2 in der Küche und ein Badezimmer, ich wollte mich doch wirklich verarschen, ach man, das war wieder so knapp und ich war irgendwie beide gleichseitig gekommen, na gut, ich weiß nur noch mal, dass einer hier stand und der nächste hier vorne stand, warte, du bescheuert, die sind wirklich so groß, und genau am Ende kommt jetzt eine True Rare, ja, der ganze Raum hier ist einfach ein richtiger Müllhaufen, das ist wie bei mir zu Hause, ich müsste wohl freuen, ich habe auch nie Motivation dafür, Warte mal so groß gewesen, jetzt sehe ich Dinge, die ich eigentlich nicht sehen sollte, Leute, helft mir bitte, halt wieder so knapp, dass irgendein Mungo hier steht und der nächste Mungo da, ich weiß nicht, wie lange ich da stehen darf, oder gucken darf, bevor die mir auf den Sack gehen wollen, oh, das ist größer, ich habe sicher ein, »h favorante«, interessant« das ist wirklich interessant Help me boys and girls wie machen wir das jetzt wo führen wir noch ein Objekt meiner Begierde hier ist ein Bild verschwunden so, das Bild ist wieder da schon eine Kopie wieder ausgezogen aus dem Arsch ein Bild verschwunden ja ich habe null bock darauf einfach nur meine motivation wird doch zu beenden eigentlich auf 100 prozent der sicherheit mindestens ein spiel dass er schafft habe ich genau weiß ich den dritten teil mich persönlich selber wie abbrechen werde weil ich ja übelste schisser bin für soweit ach so wo das toilet wall is moving nur dass leute seht ihr was ich nicht sehe und das ist alles und noch viel mehr wenn ich künftig von deutschland wäre ich habe mir geschüttert mein linkes ohr ich sehe nichts die toilette ist das schlimmste und daraus passiert auch so wie die gar nichts also müssen wir punkten angelangt wo ich nichts mehr sehe haben wir teppich beziehungsweise nicht das waren irgendwie so ein wetter äh wir sind weiter zusammen äh hier sehen wir nichts nicht größer wohnen nicht kleiner wohnen hier ist gegen meine kicken der mich beobachtet ich glaube pending das mal was immer das gewesen boah nicht das der komische mond oder war der mond er das normale normale okay also ich bin wirklich sehr müde aktuell die bank hat hier verschrumpft ja ja hey zu viele ja ja hey zu viele aber hier sehe ich gar nichts okay hier ist schon so der fernseher ist hier unten extra object man könnte es sein dass hier ein extra objekt sein sollte hat sich nichts verändert in meiner sicht Genau wie hier. Genauer dasselbe. Ok. Bedroom, dafür die Kamera wieder. Ach man. Hat sich nichts verändert. Geht mir mit offensichtliche. Ich liebe es. Ah, hier ist nächster Objekt. Wurzeln sagen, diese Tonen. Hier hat sich auch nichts verändert. Hier aktuell auch nichts. Die wollen mich jetzt verarschen. Ah, Leute. Was übersehe ich hier? Das ist ein extra Objekt. Das ist ein extra Objekt. Okay. Oder Biken sehen wir? Nein? Seid ihr sicher? Ja. Movement. Da ist eine Leiche hier. Outside ist ein Korpser. Und was gibt es noch hier? So cool ist. Boah. Ich bin... Ich habe sowas gegen eine Motivation weiter zu spielen. Irgendwie so ein Pixelhaufen nicht unbedingt geil anzusehen. So ein richtiger. Im Übrigen kann ich den alle da schon rausgewiesen, bevor die richtig cool geworden sind. Ich habe damals Resident Evil 2 gesehen von meinem Onkel. Ich fand es damals gruselig, weil ich glaube ich sieben Jahre alt war. Oder sechs. Oder war ich noch jünger. Und habe mir das angeguckt. Und wenn ich jetzt heute machen würde, denke ich mir, hm. Warum habe ich so viel Angst gehabt vorher? Weil es ist ja auch quasi auch so ein Matschhaufen von Grafik. Irgendwie herum... Ja. Mit Resident Evil bin ich irgendwie... Ich fand es so komisch irgendwie. Mit Resident Evil bin ich halt nie richtig aufgewachsen. Ich habe damals den ersten Teil noch nie gespielt und nie gesehen. Genauso wie den zweiten Teil noch ein bisschen angesehen und dann nie wieder. Die dritten Teil habe ich keine Ahnung. Die vierten Teil habe ich auch nie Ahnung gehabt. Die habe ich auch mehr oder weniger über... ...hag nie gespielt. Vielen Dank.